100 Millionen Transfer, Lukaku zurück zu Inter-Mailand und ein italienisches Wunderkind vor Wechsel in die Bundesliga. Dies sind vor allem die Themen der heutigen Daily Transfer News und damit viel Spaß mit dem Video. Der italienische Stoßstürmer Gianluca Scamacca von Sassuolo weckt das Interesse von Arsenal und nun tatsächlich auch von Paris Saint-Germain. Diese Saison konnte er mit 16 Toren in 36 Spielen in der Serie A auf sich aufmerksam machen. Aurelia Chouameni zu Real Madrid ist ein Done-Deal. Laut Fabrizio Romano wird das Ganze demnächst bestätigt werden. Und zwar soll der 22-jährige Sechser einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben und bei Real dann auf Langzeit Casemiro auf der Sechs ersetzen. Dabei überweist Real 80 Millionen Euro plus 20 Millionen eventuelle Bonuszahlungen an die AS Monaco. Florian Grilic, dessen Vertrag bei der TSG Hoffenheim ja demnächst ausläuft, wird diesen Sommer ablösefrei wechseln. Aktuell befindet sich der Sechser in Gesprächen mit der AC Florenz aus Italien. Aber auch RB Leipzig aus Deutschland hat mittlerweile sein Interesse bekundet. Der FC Chelsea hat nun laut Berichten von Sky Italia sein Go gegeben, dass Romelu Lukaku den Verein auf Leihbasis verlassen darf. Somit werden wohl zeitnah Verhandlungen mit Inter Mailand über eine Rückkehr des belgischen Stürmers beginnen. Nach dem ablösefreien Abgang von Franck Cassier hat Milan nun wohl einen Ersatz für ihn gefunden und zwar in Person von Renato Sanchez. Der Mittelfeldspieler soll wohl für eine Ablöse im Bereich zwischen 18 und 20 Millionen Euro vom OSC Lille verpflichtet werden. Der Spanier Pau Torres soll es wohl Tottenham angetan haben. Die Londoner möchten den Innenverteidiger verpflichten. Dabei soll der aktuell von Tottenham an Villarreal verliehene Giovanni Lo Celso fest zu Villarreal wechseln. Und zusätzlich soll dann noch Geld in die spanische Kleinstadt fließen. Wechsel der Shootingstar der italienischen Nationalmannschaft in die Bundesliga. Laut neuesten Berichten haben gleich vier Bundesliga-Vereine Interesse daran, den 18-jährigen Wilfried Nonto zu verpflichten. Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim und nun auch Union Berlin. Hoffenheim kann hierbei wohl mit dem neuen Trainer André Breidenreiter überzeugen, der zusammen mit Nonto Meister mit Zürich wurde, auch dank dessen 11 Scorerpunkten letzte Saison. Sein Marktwert von 6 Millionen Euro lässt wohl auf eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich hindeuten. Der SSC Neapel wird wohl Federico Bernadeschi ablösefrei verpflichten. Der 28-jährige Flügelspieler kommt von Juventus Turin, die 2017 noch 40 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legten. Und gerade noch reingekommen, Luka Modric hat einen Einjahresvertrag bei Real Madrid unterschrieben, wird also, wie schon zu erwarten war, weiterhin für die Königlichen auflaufen. Das waren die heutigen Transfer-News. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den einzelnen Gerüchten haltet. Feste oder offizielle Transferverkündungen gab es heute ja eher weniger. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.